Hey! Falscher Textbuch, Otto! So! Hallo, Besucher! Es ist Zeit für eine Abwehrsfeier. Eine Party zu feiern, wo wir sie dann nicht feiern können. Deshalb! Wir sind für euch! Die einzelnen Partiern, obwohl sie zu zweit sind. Die Einmaligen, obwohl es ein Dumm ist. Wir sind für euch! Armin geht das für ein Adel! Bist du? Stimmel! Stimmel! Bist du? Stimmel! 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 Bist du? Bist du? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So meine Lieben, also Andi, willst du auch ein paar Worte sagen? Danke. Bitte. Also Leute, wir müssen euch eine Sache mitteilen, wer keine Social Media verfolgt hat. Wir haben einen Künstler, der heute krankheitsbedingt ausfällt. Für den wollen wir aber gleich eine Grußbotschaft geben. Das ist der zweite Part von uns. Wir öffnen einmal mit den Regeln dieser Veranstaltung. Der andere kennt das Lied unter Inselverbot. Wir verkaufen euch das ganze Lied unter Ruhrpottverbot. Matzab, Hüte! Auf Wiedersehen. Jetzt sagst du nie wieder. Bei VRR an Bord. Ich stehe hier in Bottrop. Bööööööööö. Du brauchst ihn, guck dich rein. Bööööööööö. Du böbelst beim Türsteher. Bööööööööö. Er sagt, nur lass es sein. Geh nach Haus, du hast Ruhrpottverbot. Du fliegst raus, denn du bist ein Idiot. Geh nach Haus, du hast Ruhrpottverbot. Ruhrpottverbot, baööööööö. Denerhaus, du Idiot. Geh nach Haus, du hast Ruhrpottverbot. Du fliegst raus, denn du bist ein Idiot. Geh nach Haus, du hast Ruhrpottverbot. Ruhrpottverbot, denerhaus, du Idiot. Du machst ohne T-Shirt, durch jede Diskothek, hast du noch nie gehört, dass da keine Frauen aufstehen. Du denkst, du bist der Checker und kannst es dafür holen, danach bist du nur DJ und wünschst dir der Kokomelon. Geh nach Haus, du hast Ruhrpottverbot, du fliegst aus, denn du bist ein Idiot. Geh nach Haus, du hast Ruhrpottverbot, Ruhrpottverbot, geh nach Haus, du Idiot. Auf Wiedersehen! Geh nach Haus, du hast Ruhrpottverbot, du fliegst aus, denn du bist ein Idiot. Geh nach Haus, du hast Ruhrpottverbot, Ruhrpottverbot, geh nach Haus, du Idiot. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! So, jetzt noch mal die Christen.